so und da sind wir auch schon wieder monster lag 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 ich hätte euch jetzt wie ich jetzt auch den laufweg ersparen können hat er zu einfach gewesen oder mal die ganzen klinik raus verzeihung verzeihung kohlensäure stößt leider auf falls ihr das nicht gehört habt dann habe ich gar nicht gesagt moderner holztür die falltür hin aber wie komme ich da wieder raus mit einer leiter das geht ja nicht aber ich bin natürlich auch als da jetzt etwas spontan ausgedacht suche ich denn überhaupt holz als hammer blut so das heißt hier die tipp wir waren das so ich hatte ja schon spring dabei so nee dann anders so gehört jetzt haben wir einen bogen jetzt brauchen wir wetter und dafür erst mal dass wir hier aktiv wetter und nutzen das dort hin das dorthin der rest damit oder vielleicht auch nicht vielleicht damit genau ein spender ein bisschen aber den auch dann baue ich den heute diesmal ein aber trotzdem soll das ganze ja begehbar sein ich habe das glas vergessen glas hoffen wir mal dass das reicht das haben ein problem so als allererstes nehmen wir hier mal die einmal schön hat durch und habe da kann mir das eigene unendliche quelle züchten dass er da und ich habe den dort wieder vergessen so hier war das begehbar sein wie macht man das dann am besten begeben ja früher war das einfach da hat man ja einfach hier so eine falltür hingemacht und so von oben und dann darunter einfach treppen ich könnte zum beispiel zum beispiel so nicht überhaupt so was nichts bringt weil ich komme so oder so nicht raus guck mal hier ah das ist doch geil oder ich finde die idee gut dass man das dort einfach offen wusste ich noch gar nicht dass wenn man in der falltür steht und sie schließt dass man dann auf sie drauf springen kann wieder hat gelernt und wieder ein glas verschwendet tschüss das ist dicht jetzt hier ja sieht nur noch nicht aus das habe ich hier den vergessen so aber vorne die front soll komplett klinik sein das ist auch da kommt der klinik rein und weil tochter klinik hat die feldtür hä kurz weg aufmachen so 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 dann heißt das hier bleibt frei das heißt hier kann ja dann leitern hin nach da oben kommt ja quasi als montage eingang so block der hier alles nötige ab sollte zumindest in der theorie funktionieren wenn ich so dann daneben dann bildet sich deine unendlich da und da noch hinsetzen und dann nehmen wir hier raus so ich merke ich glaube ich habe ein fail drin sagt mir bitte nicht ich habe einen fail drin und bitte sagt ihr mir nicht das ist schon vorher gewusst habt man doch ich habe einen fail drin und von dicken ich überlege gerade wie ich das wieder retten kann gäbe da eine möglichkeit ich kann ja mal kurz gucken ob das zumindest hier gut funktioniert so geht das bis hierhin und dann sollte das eigentlich da weitergeführt werden wir können das immer kurz mitnehmen das haben wir denn hier so was man vor ja genau dass der trag mich halt bis dahin mit ich habe den timer vergessen nein es ist natürlich dumm ist so hinzuwerfen dass ich es wieder bekomme so sind und sinkt ab und wird nach vorne getragen super alles schon mal genau das was ich will heißt das können wir ja auch alles dicht machen bis hierhin ach ist das doof ist ärgerlich das müsste eigentlich alles ein stück höher oder das hier niedriger wäre nicht so schlimm würde ja bedeuten nachher würde das bedeutend ich mache das wasser weg weil das würde mich ja auch während das heißt erster sicht könnte es als länger machen nach da beziehungsweise hätte es als länger machen können das ist das wasser ausbreitet ist und festlich oder und weg man regt mich doch auf hier habe ich mir dass das muss da rein und hier waren clean stone so das bedeutet dass hier muss ein niedriger also an sich nicht schlimme das ist schlimm wegen dem hier eigentlich und es fängt damit regnen aber obwohl wir könnten ja auch aber hier ist acht toll fließt um die ecke cheater wasser cheater wasser wenn ich das hier weg mache ne da fließt lieber hierher als dahin das ist natürlich ungut ham 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 ist jetzt nur ein test ob das überhaupt geht weiß ja keiner weil ich ja natürlich gefailt habe bei der konstruktion also die idee ist jetzt eigentlich dass ich hier wasser rein mache und an der seite wasser ran fließen lasse das heißt es fließt bis hierher und das wasser fließt dann bis hier hin und dann muss dort eins nach unten gehen damit das so rein fließen kann und das und das scheint auch zu klappen so klappt sogar so dann machen wir das hier noch zu und das da auch hepp 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 oh und das auch äh ne 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 ich liebe es um wasser zu bauen schalalalala ich hasse es um wasser zu bauen schalalalala kom Loyer äh schöner großer starker regen So bedeutet 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8 Äh Endlichkeitsquelle Das heißt natürlich Wenn das Wasser hier nicht kommt Von hier Dann überwiegt natürlich das Wasser was dort kommt Das heißt das hier muss nochmal So lange aus sein bis hier das Wasser kommt So das heißt hier das öffnen wir mal Ja eigentlich so So Ja Achso Ach ich muss das Ich hab das doch schon 1 in die Träger gemacht oder Nein den hab ich noch nicht Viel Dann wird der noch schlimmer Ne doch ist doch schon 1 in die Träger Doch Aber ich Labe nicht Nein Es trägt mich von dannen Bam Bam Hier geht's nicht Ja so geht's aber auch nicht Weil da muss Cleanstone hin Und da hier auch überall Cleanstone hin muss Das ist auch weg Das ist auch davor Genau So der Fail War gar nicht so krass Eigentlich hatte ich das schon so ähnlich mal eingeplant Nur irgendwie Nicht bis zu Ende mitgedacht Hab ich das Gefühl So hier fehlen jetzt auch 2 Das ist aber nicht so schlimm Das war natürlich Schwachsinn Man müsste natürlich erst das Wasser setzen Danach sich äh den Rest denken So So Das heißt von hier kommt jetzt Wasser Das fließt genau bis dahin Von hier kommt jetzt Wasser Was nicht bis dahin fließt darf Wie wieder die Spinnen rumgeistern Ist doch schlimm Einfach so geht's nicht War nur einfach so Natürlich Und so geht's doch Wieso Wieso So verbindet sich das Wasser Ist doch Arsch Früher hat's dann nicht gemacht Mann Spinnen Bitte beruhigen Ach man Diese Schöne Verplanung 1 2 3 4 5 6 7 8 Das heißt ich kann's nicht dahin machen Weil dann passt's da hinten nicht Verdammt Ham 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 1 2 3 4 5 6 7 Verdammt Das geht auch nicht Der Plan geht also so Überhaupt nicht Nee es ist äh Ist äh Äh Arsch Muss ich alles ähm Hörbauen Ich hab einfach eine paar Zwei Zutiefbaut Weil ich dumm bin Das ganze Glas muss wieder weg Oh mann Das regt mich am meisten auf Das Glas Nicht die Arnte Arbeit Sonst hier Die Spinnen die die ganze Zeit hier selbst not begehen Alter 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 Auf Platz und wohl nur spinnen oder wie Hey Komm her Was denn angst plötzlich Ihr drängt euch schön zusammen damit es warm ist beim regen Klug Äh Oder geht das noch zu retten Ohne dass ich es höher bauen muss Also ich muss das alles auf jeden Fall eins höher bauen Oh Das ist schon mal Pflicht Ja weil Hem 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 Oder doch nicht Mal kurz Äh Oh Wasser holen Hier Regnereien Regen Stirb Ich kann natürlich auch das Schwert mal nehmen Wie ist hier eine Strömung? Nein Ich hasse Strömungen im Wasser Aber mache ich es auch nicht sonst wie sonst Schön aus so einer Ecke nehmen wo was drunter ist Füllt sich doch automatisch auf Aber da geht schon die Sonne auf Oder es geht unter Während es regnet Wer weiß Es wird hier der übelst extendete Part oder? Der übelst extendete Fehlpart Dramatische Musik ging So und die darf jetzt maximal acht lang sein Ha Es geht doch Gerettet Alles ist gerettet Ich habe nicht gefällt Supi So Dann kommt aber da noch sowas hin Hier gehen wir hoch Ähm Da habe ich eine Wasserquelle zu wenig Nehme ich die mal kurz Jo 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 Wieso 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 Gerade ging es doch Wieso drückt das hier hin Ich kann hier gar nicht drücken Nämlich cheat Nämlich fehlerhafte Berechnung Oh nein So geht es noch nicht Vielleicht nehme ich es einfach hier hin Tue Genau Dann ist es stärker Supi 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 Nehme ich das so Neh So und so Wieder runter Und da hin kippen Und da hin kippen Und das ist voll Ah jetzt habe ich aber den Wasserstrom nochmal zerstört Fließt er ist noch dahin wo es soll Bis hier hin Bis da Und fließt dann bis runter Super So das heißt wir brauchen noch Ein zwei Treppen Schwimmt doch da raus Und dann brauchen wir hier noch irgendwo ein Dispendel Können wir ja hier hin tun Schnell 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 Wix Diesmal spinne Komme ich mit richtigen Waffen Und nachdem wir die Spinne getötet haben Und im Haus sind Aber Gehtschnitt Doom of Darkness So Schnelles Haus und dann Schnitt Langer Extended Part is over Dreckschaffnetter Umschwung hier Hat natürlich alles nicht gemacht So Dann bis zum nächsten Mal Bei Minecraft Ich bin der Wayboat Und ich bin raus Tschö Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020